Hast du schon gehört? Was glaubst du, wer ein Boxkampf zwischen Farid Bang und Mois gewinnen würde? Komm in den Ring, Farid. Drip mich weg. Du bist doch hart. Alle alten Social-Media-Kanäle von Mois wurden gesperrt. Schuld daran soll Farid Bang sein. A wonderful good morning, my son. Nachdem er all meine Accounts sperren lässt. I'm searching for you and I'm gonna find you, my son. Mois will daher gegen den Rapper in den Ring steigen und droppt eine Ansage an den Banger. Farid, komm zum Sparring. Ohne Geld und live. Ungeschnitten. Bei Gott. Ich bin auf jeder Drip, was man nehmen kann, deswegen ohne Tests. Aber komm in den Ring, Farid, bitte. Mois ist in Europa unterwegs, trägt häufig die gleichen Klamotten und daher hat Farid nur eine Bedingung. My son wanna fight with me. Make a video where you take a shower and then we can fight. Auch TikToker Doody hat sich eingeschaltet und würde gegebenenfalls den Fight gegen Mois für Farid übernehmen. When do you lot want fight with us, Mois. I fight with him for you. Für mehr Rap News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.